In diesem Video wird der Transistor als Schalter behandelt. Wir hatten den Transistor bisher kennengelernt als Stromverstärker und in den nächsten Videos werden sich auch wieder eher um dieses Thema Transistor als Verstärker drehen. Deswegen ist das hier ein kurzer Exkurs, wie man einen Transistor als Schalter verwenden kann. Und dazu widmen wir uns nochmal unserem ganz ursprünglichen Problem, nämlich der Problemstellung, dass wir einen Raspberry Pi hatten, der GPIO-Ausgänge hatte, die jeweils 3,3 Volt hatten. Und nur einen kleinen Strom liefern konnten und wir damit eine Leuchte ansteuern wollten, die nun ihrerseits 12 Volt, also mehr Spannung brauchte und einen deutlich größeren Strom, sodass irgendwie eine Stromverstärkung nötig war. Wir hatten dann daraus abgeleitet, dass wir gerne sowas hätten wie einen Stromverstärker und jetzt inzwischen haben wir gesehen, dass der Transistor eine Art Stromverstärker darstellt. Also, dass wir einen Transistor in diesem Sinne verwenden können. Jetzt können wir das Ganze aber auch etwas anders interpretieren. Und zwar können wir auch sagen, wir wollen gar keinen Stromverstärker haben, sondern wir wollen eigentlich so eine Art Schalter haben. Wir wollen quasi mit einer kleinen Spannung eine große Spannung schalten. Und dazu kurze Überlegungen, die vielleicht im ersten Moment etwas albern wirken. Und zwar gucken wir uns zunächst mal an, was eigentlich ein Schalter sein soll. Ein Schalter kriegt ja üblicherweise dieses Symbol und ein Schalter hat zwei Zustände. Einmal den offenen Zustand oder geöffneten Zustand und einmal den geschlossenen Zustand bzw. durchgeschalteten Zustand. Und was bedeutet das jetzt eigentlich elektrotechnisch? Wie gesagt, es mag im ersten Moment etwas albern wirken, aber bei einem offenen Zustand oder beim offenen Schalter gilt, dass hier ein Strom durchfließt, der Null ist. Also kein Strom durchfließt. Wenn ein Schalter offen ist, fließt kein Strom durch. Bei einem geschlossenen Schalter ist es hingegen entsprechend so, dass wir keine Spannung über diesem Schalter liegen haben. Das heißt, er wechselt seinen Zustand von stromlos quasi nach spannungslos. Letzteres, also ersteres ist glaube ich intuitiv völlig klar. Über letzteres hat man vielleicht gar nicht so genau nachgedacht. Aber wenn ich einen Schalter offen habe, liegt über diesem Schalter üblicherweise eine Spannung an. Also hier, in diesem Zustand, liegt hier eine Spannung an, die hoffentlich, also üblicherweise ungleich Null ist. Und wenn ich den dann durchschalte, verschwindet diese Spannung dadurch, dass ich eben eine Verbindung herstelle. Das gleiche überlegen wir uns jetzt auch für den Transistor. Das heißt, wir wollen jetzt eigentlich zwei Zustände bei dem Transistor haben. Wir wollen quasi einen Zustand haben, der hier einem geöffneten Schalter entspricht. Also einen stromlosen Zustand. Und wir wollen einen Zustand haben, an dem vielleicht am Transistor möglichst keine Spannung abfällt. Wobei hier in dem Fall am Transistor heißen soll, über der UCE-Strecke, beziehungsweise für den Strom gelten soll. Das hier ist der Kollektorstrom. Und dazu können wir uns jetzt nochmal das Ausgangskennlinienfeld angucken, was wir ja im Video vorher uns angeguckt haben. Und genauer gesagt den Bereich, den wir im letzten Video so ein bisschen stiefmütterlich behandelt haben. Genauer gesagt gucken wir uns jetzt diesen Sättigungsbereich nochmal an, des Transistors. Das war hier dieser Bereich bei sehr kleinen Kollektorspannungen. Und wie man schon sieht, bei sehr kleinen Kollektorspannungen heißt so viel wie über dem Transistor fällt nur sehr wenig bis hin zu gar keiner Spannung ab. Und was wir in dem Kennlinienfeld hier erkennen können, ist, dass wir bei einem gegebenen Kollektorstrom, das wäre jetzt zum Beispiel hier die 100 mA, also angenommen unsere Leuchte bräuchte 100 mA, dann legen wir da, dass wir es hinbekommen, dass an diesem Transistor, je nachdem wie viel Basisstrom wir reinschicken, nur noch sehr geringe Spannungen liegen bleiben. Wir sehen hier jetzt für die grauen Kennlinien, also für die oberen, also so sage ich mal diesen Bereich hier, in diesem Bereich fallen am Transistor noch ungefähr, ja, gute 150, 160 mV ab. Wenn ich mit kleineren, wenn ich das mit kleineren Basisströmen erreichen möchte, dann läge ich vielleicht so in diesem Bereich hier, bei denen hier, und dann wären es vielleicht 220 mV. Das heißt, ich kriege es zwar leider nicht hin, hier 0V zu erzeugen, also angenommen ich hätte irgendeine Kennlinie hier, die jetzt quasi aus dem Ursprung raus senkrecht nach oben gehen würde, hier sowas machen würde, dann würde ich hier auch näherungsweise 0V über der Kollektor-Emmeter-Strecke erzeugen können. Das kriege ich nicht hin in der Praxis, aber in der Praxis kriege ich es durchaus hin, hier Restspannungen zu erzeugen, die heißen dann entsprechend auch Sättigungsspannungen, die so im Bereich von 0,2 Volt liegen. Bei größeren Strömen sind es dann auch gerne mal 0,3 Volt. Das ist so die Kategorie, die ich hinbekomme. Das heißt, ich schaffe es, wenn ich einen Transistor, und dann sagt man eben einen Transistor, voll durchschalte, da schaffe ich es, dass ich an der Kollektor-Emmeter-Strecke ungefähr 0,2 Volt Restspannung erzeuge. In diesem Beispiel würde das heißen, an unserer Leuchte bleiben immerhin 11,8 Volt übrig. Das ist ja schon mal sehr schön. Jetzt ist die Frage, wie sieht das dann mit den Basisströmen aus? Wir hatten ursprünglich so gerechnet, dass wir den Transistor als Stromverstärker interpretiert hatten, beziehungsweise benutzt hatten, haben aber eigentlich gesehen, dass dieser Stromverstärkungsteil eigentlich erst losgeht, wenn die Kollektor-Emmeter-Spannung groß genug ist. Das ist sie ja jetzt in unserem Beispiel explizit nicht. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, naja, wie kriegen wir es denn hin, in diesen Punkt hier zu kommen? Das nennt sich dann auch Arbeitspunkt. Wie kriege ich es hin, in diesem Bereich, in diesem blauen Bereich hier, da zu landen? Und wie man vielleicht ganz gut sehen kann, liegen in diesem Bereich, ich reihe die hier mal ein bisschen zur Übersicht wieder weg, liegen in diesem Bereich alle diese Kennlinien sehr nah beieinander. Das heißt, in diesem Bereich hier von diesen 100 mA liegen etliche Kennlinien, die grauen, diese, ja ich sag mal, türkis-grünliche und die dunkelblaue, die liegen hier alle ziemlich nah beieinander. Das heißt, ich muss eigentlich nur dafür sorgen, dass ein entsprechender Basisstrom fließt. Und jetzt ist eben die Frage, wie groß muss denn der Basisstrom sein? Und wenn man sich jetzt den Bereich auf der Kennlinie, in dem Kennlinienfeld nochmal anguckt, dann stellt man fest, naja, der Basisstrom, der ändert gar nicht so viel, wenn er nur eine gewisse Größe hat. Dadurch, dass eben die Kennlinien hier fast alle aufeinander liegen, würde ich an der Stelle gar nicht großartig bemerken, ob ich jetzt beispielsweise auf der hellgrauen Kennlinie bin, mit einem Basisstrom von einem Milliampere, oder ob ich vielleicht auf der blauen Kennlinie bin, mit einem Basisstrom von 700 Mikroampere. Man sieht hier blau, türkis und die beiden grauen liegen wirklich sehr, sehr, sehr nah beieinander. Bei der lilafarbenen hier würde ich jetzt sagen, oder was auch immer das ist, Bordeaux-Rot. Bei dieser Bordeaux-Roten würde ich sagen, die weicht schon wieder merklich ab. Da müssen wir auf jeden Fall drüber. Aber ob wir hinterher 700, 800, 900 Mikroampere oder 1 Milliampere nehmen, ist im Grunde völlig egal. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man nicht immer so ein Kennlinienfeld zur Verfügung hat, wie kann ich das denn vielleicht vorher ungefähr ausrechnen, oder wie kann ich mir einen vernünftigen Richtwert geben? Denn den muss ich jetzt irgendwo hernehmen. Wie gesagt, ich kann ins Datenblatt gucken und würde hier jetzt sagen, ja, guck mal, dass irgendwie 900 Mikroampere fließen, dann funktioniert das. Oder ich mache so eine Faustformel-Geschichte. Und diese Faustformel-Konstruktion, die funktioniert jetzt wie folgt. Dafür mache ich hier die Schalter mal wieder weg. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Das ist eine Konstruktion, die findet man immer wieder. Und da wird vielleicht gar nicht so genau erklärt, warum das eigentlich funktioniert. Und zwar geht man hin und nimmt sich erstmal einen Wert für die Stromverstärkung. Also guckt erstmal, welche Stromverstärkung hat denn der Transistor und nochmal zur Wiederholung. Das hängt jetzt davon ab, welche Kollektoremeterspannung ich habe, welchen Basisstrom bzw. welchen Kollektorstrom ich habe. Von all diesen Faktoren hängt das ab. Aber es ist ziemlich egal. Wir wählen einfach mal irgendeine grobe aus. Und irgendeine wird im Datenblatt schon angegeben. Also das muss ich von meinem Transistor wissen. Schritt 1 wäre also, bestimme B. Und zwar anhand des Datenblattes für irgendeinen Wert. Für irgendeinen Wertebereich. Jetzt in unserem Beispiel hier mache ich mal folgendes. Ich nehme das nur mal anhand der Kennlinie. Aber dieser Wert für B oder Werte für B findet ihr auch in Tabellen. Da müsst ihr eigentlich keine Kennlinien für ablesen. Und zwar wähle ich mir mal hier die entsprechende Kennlinie bei 100 Milliampere. Und bei einer hinreichend großen Kollektoremeterspannung. Da sehe ich, dass hier ungefähr 100 Milliampere Kollektorstrom erreicht wird. Das ist ein Basisstrom von 500 Mikroampere. Also ist meine Stromverstärkung 500 Mikroampere im Nenner. Das ist der Basisstrom. Und 100 Milliampere Kollektorstrom. Und das macht dividiert 200. Wie gesagt, diesen Wert muss ich nicht unbedingt ablesen aus dem Kennlinienfeld. Da kann ich mir auch irgendeinen aus dem Datenblatt nehmen. Der schwankt dann entsprechend. Aber wir werden gleich sehen, ist das völlig egal. Ich könnte hier auch mit 100 rechnen oder mit 150 oder vielleicht mit 250. Es würde alles funktionieren. Und das ist gerade der Gag an diesem Vorgehen. Wenn ich dieses B jetzt zugrunde gelegt habe, dann bestimme ich daraus den Basisstrom. Und zwar rein rechnerisch, indem ich hingehe und sage, IB ist gleich IC, den will ich ja haben, durch B. Und wenn ich das hier oben zugrunde lege, ist das jetzt zwar ein bisschen albern, weil da kommt natürlich, weil ich es ja so angelegt habe, wieder 500 Mikroampere raus. Aber das könnte ja mit einem aus einer Tabelle abgelesenen Wert ein bisschen anders sein. Jetzt kommt der wesentliche Unterschied zum bisherigen Vorgehen. Denn normalerweise würden wir jetzt hingehen und aus diesem Basisstrom diesen Vorwiderstand bestimmen. Dann wäre alles so wie gehabt. Das tun wir jetzt nicht, sondern wir gehen jetzt in einem dritten Schritt hin und verdoppeln den Basisstrom. Und dass wir ihn ausgerechnet verdoppeln und nicht verdreifachen oder verdreifachen, ist dieser Faustformelanteil in der ganzen Sache, weil verdoppeln einfach ganz gut funktioniert. Also verdoppelte IB. Dieses Verdoppeln, also dieser Faktor 2, heißt dann auch ganz gerne Übersteuerungsfaktor. Also das heißt, aus 500 Mikroampere, die wir jetzt eigentlich anhand der Stromverstärkung ausgerechnet haben, machen wir jetzt IB gleich 1 Milliampere. Und zu guter Letzt gehen wir hin und bestimmen mit diesem neuen Basisstrom den Vorwiderstand, den wir brauchen. Und die ganze Sache funktioniert. Das Ganze rechne ich jetzt nochmal im Detail durch, beziehungsweise mache das jetzt gleich nochmal in Multisim vor im nächsten Video, um zu zeigen, dass das wirklich funktioniert. Und dann benutze ich auch bewusst nicht die Kennlinien, die wir da haben, sondern ich benutze Datenblattwerte, die ich finde, zu einem gegebenen Transistor. Und dann kommt da noch eine Näherung rein, wie wir eigentlich Rv einfacher bestimmen können, als wir es bisher gemacht haben. Zur Erklärung allerdings, was hier jetzt gerade passiert, gucken wir nochmal ins Kennlinienfeld. Und entscheidend ist ja jetzt eigentlich dieser Punkt hier. Wir gehen hin und sagen, ja wir rechnen mit irgendeinem gegebenen Wert einen Basisstrom aus, den nehmen wir jetzt und verdoppeln ihn aus irgendwelchen Gründen. Das ist ja jetzt eigentlich der Knackpunkt dieser ganzen Faustformelkonstruktion. Und wenn man sich jetzt mal das Kennlinienfeld anguckt, passiert hier folgendes. Wir sind ursprünglich hingegangen und haben gesagt, wir hätten gerne eigentlich diese Kennlinie hier, diese 500 µA Kennlinie, weil die der richtige Basisstrom ist zu unserer Stromverstärkung, um einen Kollektorstrom von 100 mA zu erzeugen. Was wir dabei jetzt aber unberücksichtigt lassen, ist, dass das eben nicht funktionieren wird, weil wenn wir hier 100 mA fließen lassen würden, lägen wir mit der Kollektor-Ammeter-Spannung irgendwo hier unten und entsprechend würde die ganze Konstruktion nicht funktionieren. Also gehen wir hin und wechseln jetzt durch diesen Faktor 2, den wir hier reinbauen, also durch das Verdoppeln, wechseln wir gewissermaßen die Kennlinie. Also während wir eigentlich bei 500 µA Basisstrom waren, sind wir jetzt hinterher bei einem mA Basisstrom. Das heißt, wir befinden uns plötzlich auf dieser Kennlinie. Und wenn wir jetzt mal uns angucken, wann diese Kennlinie hier bei 100 mA landet, dann ist das genau in diesem Bereich hier. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo eigentlich der genaue Basisstrom in diesem Bereich egal ist, weil wir wieder sehen, dass diese ganzen Kennlinien aufeinander liegen. Damit ist es eigentlich auch völlig wurscht, ob wir da jetzt 1 mA Basisstrom rausbekommen hätten, oder ob wir da 900 µA Basisstrom rausbekommen hätten, oder vielleicht 1,1 mA. Diesen Strom, den wir da ausgerechnet haben, der entsteht aber durch die Stromverstärkung. Die rechnen wir mit der Stromverstärkung aus. Da es aber relativ egal ist, welchen Strom wir da letztendlich rauskriegen, nur die Größenordnung muss grob passen, ist auch die eigentliche absolute Stromverstärkung relativ egal. Und da die ja schwankt, ist das eigentlich ein schönes Verfahren, hier diese schwankende Stromverstärkung in den Griff zu kriegen.